Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der John Dewey Abendschule. Mein Name ist Anja Besand. Ich bin die Direktorin der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie. Wir haben heute wieder ein besonderes Stück für Sie. Und dieses Stück ist deshalb besonders, weil wir einen Gastsprecher für Sie eingeladen haben. Und dieser Gastsprecher heißt Steve Kenner. Aber vielleicht, Steve, kannst du dich am besten selbst vorstellen. Herzlich Willkommen auch von mir zu dieser neuen Folge der Abendschule. Mein Name ist Steve Kenner. Ich bin Gastprofessor an der Freien Universität Berlin für Demokratiebildung und nachhaltige Entwicklung und war über fünf Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter und akademischer Rat am Institut für Didaktik der Demokratie an der Leibniz Universität Hannover. Davor war ich Lehrer für die Fächer Politik und Spanisch an einer Berliner Schule. In den letzten Jahren meiner wissenschaftlichen Tätigkeit bis zum Abschluss meiner Promotion habe ich mich intensiv einem Thema gewidmet, für das ich versuchen möchte, auch Sie heute zu begeistern. Ich habe mich mit politischem Lernen, mit politischer Bildung und politischer Selbstbildung in Aktion beschäftigt. Was lernen junge Menschen, aber auch Erwachsene, wenn sie sich politisch organisieren, wenn sie selbstbestimmt und selbstorganisiert politisch aktiv werden? Lernen in Bewegung, Lernen in Aktion. Darum soll es auch heute in dieser Ausgabe der Abendschule gehen. Und wir werden uns heute ganz verschiedenen Fragen widmen. Was bedeutet heute eigentlich Bürgerschaft? Was verbinden wir mit der Rolle von Bürgerinnen und Bürgern? Was ist Partizipation und was gibt es für unterschiedliche Ausdrucksformen und was ist das Besondere an der politischen Aktion? Und wir werden darüber sprechen, welche Potenziale, aber auch Herausforderungen mit dem Lernen oder Selbstbildungserfahrungen in der politischen Aktion verbunden sind. Und wir kommen auch nicht umhin, über die Kontroverse zu sprechen, die damit verbunden ist. Warum tut sich die politische Bildung, die schulische noch mehr als die außerschulische, aber warum tut sich die politische Bildung insgesamt schwer mit der politischen Aktion, mit dem realen politischen Handeln als Lerngelegenheit? Über all diese Fragen möchte ich heute mit Ihnen sprechen, möchte Sie darüber informieren und Sie gleichzeitig dazu anregen, darüber nachzudenken und Ihre eigene Praxis der politischen Bildung zu reflektieren. Beginnen wir also mit dem Verständnis von Bürgerschaft. Bürgerschaft in unserem Verständnis hier in Europa und insbesondere in Deutschland ist sehr eng geknüpft mit dem Staatsbürgerschaftsverständnis. Bürgerschaft, also eher gemeint als eine rechtliche Statuszuschreibung. Bürgerinnen und Bürger sind in Deutschland Menschen mit dem Symbol des deutschen Passes, also der Zugehörigkeit zum Nationalstaat, die sich in dem Pass ausdrückt und ausgestattet mit besonderen Privilegien, dem wichtigsten Privileg, dem Wahlrecht. Das sind diejenigen, die wir als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger beschreiben. Aber Bürgerschaft ist sehr viel mehr als das. Bürgerschaft ist vor allem auch eine Praxis, eine gelebte Praxis. Und ich möchte Sie mit einem kleinen englischen Zitat konfrontieren. Engen Ischen, ein Sozialwissenschaftler, der sich mit diesen Fragen von Bürgerschaft und der Entwicklung von Bürgerschaft intensiv beschäftigt, hat einmal geschrieben, Er sagt also, Bürgerschaft ist sehr viel mehr als dieser Status, als diese rechtliche Statuszuschreibung. Bürgerschaft bedeutet eigentlich eine Praxis von Menschen, die sozial, politisch, kulturell oder auch symbolisch Bürgerschaft für sich selbst definieren. Und weiter schreibt er in seinen Arbeiten, dass es auch Kämpfe sind. Kämpfe für Gerechtigkeit, für die Auseinandersetzung mit Ungleichheitsverhältnissen. Man könnte mit Rancière sagen, es ist der Kampf für das Sichtbarmachen der Unsichtbaren. Aber Bürgerschaft drückt sich eben in vielfältigen Formaten aus und nicht nur in dem, was wir als Statuszuschreibung verbunden mit den Symbolen oder Privilegien der Demokratie verbinden. Bürgerschaft ist sehr viel mehr. Und deswegen müssen wir auch in der politischen Bildung den Blick über klassische Formate der Partizipation hinaus wagen. Aber wir haben uns auch in der politischen Bildung intensiv mit dem Bürgerverständnis, dem Verständnis davon, was eigentlich Bürgerinnen und Bürger sind, auseinandergesetzt. Vor allem geht es auf die Arbeiten von Gotthard Breit, Peter Massing und Joachim Detjen zurück, die sogenannte Bürgerleitbilder formuliert haben. Ich möchte das an dieser Stelle jetzt nicht zu ausführlich beschreiben. Es lohnt sich aber, da mal nachzulesen und mit Sicherheit können wir an irgendeiner Stelle auf ein paar Texte dieser Autoren verweisen. In jedem Fall beschreiben sie, dass es verschiedene Bürgerleitbilder gibt und das ist ein Merkmal unserer Demokratie, in der wir zum einen die Möglichkeit haben, partizipativ und aktiv Demokratie mitzugestalten, aber die repräsentative Demokratie nicht davon abhängig ist, dass alle gleichermaßen aktiv werden. Und deswegen beschreiben Breit, Massing und auch Detjen eigentlich drei verschiedene Bürgerleitbilder. Zum einen die reflektierten Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich regelmäßig über Politik informieren und in der Lage sind, begründete Entscheidungen, politische Entscheidungen zu fällen. Und das kann reduziert sein, darauf alle vier Jahre ihre Wahlentscheidungen zu treffen. Das zweite Bürgerleitbild ist der interventionsfähige Bürger, die interventionsfähige Bürgerin. Die engagieren sich darüber hinaus, also über die reflektierte Wahlentscheidung, auch in der Politik. In der Regel punktuell und zeitlich begrenzt, immer dann, wenn ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Interessen, Wünsche betroffen sind. Und Breit, Massing und auch Detjen beschreiben noch ein drittes Bürgerleitbild, nämlich den Aktivbürger, die Aktivbürgerin. Menschen, die sich über einen längeren Zeitraum, vielleicht sogar dauerhaft engagieren in der Politik oder politisch aktiv sind und dieses Engagement ein wesentlicher Teil ihres Lebens wird. Joachim Detjen geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, eigentlich erst dann, wenn Politik tatsächlich professionell betrieben wird, also das ganze Leben der Politik gewidmet wird, dann ist man ein Aktivbürger oder eine Aktivbürgerin. Für uns ist gar nicht relevant, welches Leitbild einem Menschen entspricht und ob überhaupt Menschen so ganz konkret diesen Leitbildern zuzuordnen ist. Aber ich habe Ihnen diese Diskurse über die Bürgerleitbilder mitgebracht, weil sie offenlegen, dass es natürlich unterschiedliche Ausdrucksformen von Bürgerschaft gibt, vor allem in einer repräsentativen Demokratie, in der sich die Menschen ganz unterschiedlich einbringen können. Was bedeutet nun politische Aktionen? Zunächst einmal ist es ein bewusstes Handeln. Das geht zurück auf die Arbeiten von Hannah Arendt, aber eigentlich auch schon auf die Arbeiten von Weber, der beschrieben hat, dass das tatsächliche Handeln eine bewusste Auseinandersetzung mit der Welt ist und ein politisches Darzustellungnehmen. Es ist also nicht ein instinktives, bloßes Sich-Verhalten, sondern ein bewusstes Verhalten. Und das Besondere am politischen Handeln ist, dass es eine Veränderung, eine strukturelle Veränderung zum Ziel hat. An den politischen Verhältnissen soll sich durch das politische Handeln etwas ändern. Damit unterscheidet sich das politische Handeln auch vom sozialen Handeln. Diese beiden Ebenen lassen sich nicht immer ganz trendscharf unterscheiden, aber vielleicht hilft es Ihnen als kleine Eselsbrücke, dass das soziale Handeln in der Regel temporär und lokal begrenzt ist. Menschen, die sich sozial engagieren, wollen die Lebensbedingungen ihrer Mitmenschen unmittelbar verbessern. Das sind Menschen, die sich im Verein engagieren, im Sportverein, in der Freiwilligen Feuerwehr, die sich für Obdachlose bei der Tafel engagieren, die also unmittelbar die Verhältnisse der Menschen vor Ort verbessern wollen. Dieses hoch anerkennenswerte soziale Engagement zielt also vor allem erstmal auf die direkte, unmittelbare Verbesserung der Lebensbedingungen. Politisches Handeln nimmt auch Macht- und Herrschaftsverhältnisse in den Blick. Politisches Handeln will strukturelle Veränderungen erzeugen. Frank Nonnmacher hat für diese Unterscheidung mal das Beispiel formuliert, dass wir, wenn wir uns engagieren in einem Altenheim für die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheimes, dann ist das erstmal soziales Engagement. Wenn wir einmal in der Woche mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Karten spielen oder mit ihnen spazieren gehen, dann ist es soziales Engagement. Politisches Engagement wird es dann, wenn wir uns dafür einsetzen, durch eine Petition, durch eine Demonstration, durch einen offenen Brief, dass sich an den Verhältnissen in den Pflegeeinrichtungen etwas verändert. Die Betreuungsquote an andere wird oder die Bedingungen insgesamt in den Altenheimen oder in der Pflege sich verändern oder verbessern. Und die politische Aktion als besondere Form der politischen Partizipation ist in der Regel unkonventionell und nicht verfasst. Das heißt, Menschen, die in politischen Bewegungen oder in politischen Aktionen aktiv sind, sind also nicht in Institutionen, Verbänden und Vereinen und sie richten sich auch nicht mit ihrem politischen Handeln unmittelbar an institutionalisierte Strukturen oder konventionelle Strukturen wie Parteien und Wahlentscheidungen. Und oftmals ist das Engagement in der politischen Aktion in so einer Grauzone zwischen Legalität und Illegalität. Also eine Demonstration kann durchaus schnell zu einer Blockadeaktion werden und eine Demonstration von Schülerinnen und Schülern kann dann eben auch ein Bildungsstreik sein und damit illegal und eine bestimmte Form des zivilen Ungehorsams. Der Schulpflicht wird dann nicht nachgegangen. Damit ist politische Aktion, die sich beispielsweise in legalen, also angemeldeten oder auch unangemeldeten Demonstrationen, Blockaden, Platzbesetzungen oder eben auch Schulstreiks zum Ausdruck gebracht wird, es handelt sich dabei nicht selten auch um Formen des zivilen Ungehorsams, wie sie Hannah Arendt oder Rawls oder Habermas schon beschrieben haben. Und nun möchte ich noch einmal ein englischsprachiges Zitat mit Ihnen teilen, das möglicherweise jetzt auch eingeblendet wird für Sie. Noch einmal Engel Ethan gemeinsam mit Greg Nielsen. Beide beschreiben, was für Sie eigentlich Acts of Citizenship sind. Also das, was ich hier als politische Aktionen beschreibe. They disrupt habitus, create new possibilities, claim rights and impose obligations in emotionally charged tones, pose their claims in enduring and creative expressions and most of all are the actual moments that shift established practices, status and order. Ethan und Nielsen schauen sich vor allem Acts of Citizenship von Menschen ohne Pass, also tatsächlich ohne den Status an. Und sie haben dafür festgestellt, dass dieses bürgerschaftliche Handeln, diese bürgerschaftlichen Praxen dazu führen, dass etablierte Praxen von Bürgerschaft, aber auch Statuszuschreibungen oder Verhältnisse, auch Macht- und Herrschaftsverhältnisse, verschoben werden durch Acts of Citizenship, durch politische Aktionen. Das gilt für jene ohne Pass, aber das gilt auch für jene mit Pass, die ihr politisches Selbstverständnis und ihr Bedürfnis nach politischer Teilhabe weitergehend definieren und über konventionelle Teilhabe hinaus politisch aktiv werden wollen und an den bestehenden Verhältnissen etwas ändern wollen. Das ist also das, was wir unter politischer Aktion verstehen und wir sehen gerade in den letzten Jahren, dass wieder sehr viel mehr Menschen sich auch politisch engagieren. In Bürgerinitiativen zu ganz unterschiedlichen Themen, also vom Windrad, das gebaut werden soll, bis hin zum Schutz der Moore in der Nachbarschaft, in denen vielleicht ein neues Gewerbegebiet gebaut werden soll. Wir sehen es an prominenten Beispielen wie der Fridays-for-Future-Bewegung, aber auch an politischer Partizipation und formenpolitische Aktionen, die unsere Vorstellungen von einer solidarischen Lebensweise, von der Anerkennung der Grund- und Menschenrechte, der diese Vorstellungen, das Fundament unserer Demokratie, infrage stellen. Es gibt immer mehr rassistische, menschenverachtende, antisemitische Denkmuster, die immer wieder und immer deutlicher in die Öffentlichkeit getragen werden. Diese Denkmuster, diese Vorstellungen gab es bei einem Teil der Bevölkerung schon seit vielen Jahren. Jetzt wird sie aber immer öfter auch auf die Straße projiziert. Wir interessieren uns vor allem für diejenigen, die sich mit ihrer politischen Aktion, mit ihrem politischen Handeln für die Grund- und Menschenrechte engagieren, die sich für die Weiterentwicklung der Demokratie engagieren wollen. Das ist auch der Großteil der Menschen, die politisch aktiv sind. Und wir widmen uns denen, weil wir aus dieser Form des politischen Handelns etwas lernen wollen. Und weil diese Form des politischen Handelns auch wichtig für die Weiterentwicklung der Demokratie ist. Und es gibt verschiedene Untersuchungen, die sich diese Formate politischer Aktionen angeschaut haben. Und aus diesen Untersuchungen wollen wir etwas lernen und nehmen deswegen die genauer in den Blick. Es gibt auch immer mehr Arbeiten dazu, was eigentlich passiert in rassistischen Bewegungen, wie sie organisiert sind, wer sie steuert. Das soll aber nicht Teil der Abendschule heute werden oder dieser Lektion. Wir wollen uns also anschauen, was gibt es eigentlich für Partizipations- und Lern- und Bildungs- und Selbstbildungserfahrungen, die sich in sozialen Bewegungen, politischen Aktionen manifestieren, die rekonstruierbar sind aus diesen Partizipations-Erfahrungen. Und wenn wir uns dieser Frage widmen wollen, dann muss uns bewusst sein, dass soziale Bewegungen, dass politische Aktionen sehr viel mehr ist als das, was wir in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Und um sich dessen bewusst zu werden, habe ich Ihnen eine Metapher mitgebracht. Diese Metapher ist von Sebastian Hauns, einem Protestforscher der Universität Bremen. Und der benutzt eine Metapher, die ich ganz großartig finde, weil sie wirklich schnell für uns verständlich macht, was eigentlich alles hinter sozialen Bewegungen steckt und politischen Aktionen. Er sagt, soziale Bewegungen sind wie Eisberge. Man sieht immer nur den kleinsten Teil. Dieser kleine Teil, diese Spitze, die über der Wasseroberfläche ist. Selbstorganisation der Gruppen, das Klären von Konflikten, von unterschiedlichen Positionen innerhalb der Gruppe, das Entwickeln von Forderungspapieren. All das passiert nicht in der Öffentlichkeit, sondern auf Plenumssitzungen, in Arbeitskreisen, in Arbeitsgruppen. Wie sich diese Gruppen organisieren, wie sie Konflikte lösen, wie sie zu einer gemeinsamen Position kommen, All das sind spannende und wichtige Lernprozesse, von denen wir in der Öffentlichkeit aber wenig wahrnehmen. Das heißt, wir müssen uns erstmal bewusst machen, politische Aktionen und soziale Bewegungen sind wie Eisberge. Wir sehen in der Öffentlichkeit nur den kleinsten Teil. Und für uns als politische Bildnerinnen und politische Bildner ist aber eigentlich der Teil unter der Wasseroberfläche sehr viel spannender. Und was wissen wir eigentlich schon darüber, was unter der Wasseroberfläche passiert? Es gibt unterschiedliche quantitative und qualitative Studien zu Partizipationserfahrungen und was sie für Folgen haben. Und keine Sorge, ich möchte Sie jetzt nicht mit ganz vielen Zahlen bombardieren, aber ein paar Studien möchte ich erwähnen. Und wenn es Sie interessiert, können Sie da ja vielleicht auch nochmal intensiver nachlesen. Es gibt beispielsweise ganz spannende Untersuchungen von Eunice und Yates, die sich das Engagement in der Obdachlosenhilfe genauer angeschaut haben und Reinders, der sich das Engagement bei den Pfadfindern genauer angeschaut hat. In beiden Untersuchungen ist das Ergebnis sehr ähnlich. Dieses soziale Engagement führt zu einer erhöhten Handlungswirksamkeit. Die Engagierten bei den Pfadfindern oder in der Obdachlosenhilfe haben das Gefühl, etwas erreichen zu können, etwas getan zu haben, einen Beitrag geleistet zu haben, handlungswirksam zu sein in dem, was sie tun. Diese Untersuchungen, die es dazu bislang gibt, schauen sich entweder ganz explizit soziales Engagement an oder unterscheiden soziales und politisches Engagement nicht. Also auch die großen Jugend-Trendstudien wie die Shell-Jugendstudie unterscheidet nicht klar zwischen sozialem und politischem Engagement. Wir sehen aber, offenbar hat es auf jeden Fall eine Wirkung auf das Selbstwirksamkeitsempfinden oder die Handlungswirksamkeit der Menschen, die sich dort engagieren. Aus der Perspektive der politischen Bildung wäre für uns interessant, ob Partizipationserfahrungen eigentlich auch einen Einfluss auf die Entwicklung von politischem Wissen haben. Hierzu haben Barbara Landwehr und Georg Weißenow eine Studie durchgeführt. Sie haben die Teilnehmenden der Studie gefragt, ob sie partizipieren, wobei sie nicht unterschieden haben, ob sie sozial oder politisch aktiv sind. Also, ob sie Klassensprecherin oder Klassensprecher oder Trainer in einem Fußballverein sind oder tatsächlich politisch aktiv sind. Diese Unterscheidung ist in der Studie nicht vorgenommen worden. Und dann sind den Teilnehmerinnen und Teilnehmern politische Wissensfragen gestellt worden. Also, ein politisches Wissen ist abgefragt worden und dann hat man geschaut, gibt es eine Korrelation zwischen dem sozialem oder politischem Engagement und dem Mehr an politischem Wissen. Und Weißenow und Landwehr kommt zu dem Schluss, sie können nicht nachweisen, dass mehr Engagement zu mehr Wissen führt. Man muss allerdings einschränkend zu dieser Studie sagen, dass Wissen sich möglicherweise auch zu bestimmten Themen in besonderer Weise erhöht. Also, wer sich engagiert in einer rassismuskritischen oder migrationspolitischen Initiative, hat sicherlich in diesem Feld mehr Wissen als in anderen politischen Fragen. Und das ist ja auch nicht berücksichtigt worden in dieser Untersuchung. Und eine letzte Studie habe ich Ihnen noch mitgebracht, oder eine vorletzte, weil sie sehr spannend ist, eine Studie von Alexander Wonig zum Sozialpraktikum. Also, dem ersten, oftmals ersten Kontakt von Schülerinnen und Schülern und Jugendlichen mit sozialem Engagement. In vielen Schulen gehen sie für ein oder zwei Wochen in karikative Einrichtungen und engagieren sich dort sozial. Und Alexander Wonig hat es in seiner Studie begleitet, dieses soziale Engagement, und hat Interviews geführt mit Schülerinnen und Schülern vor Beginn des Praktikums, während des Praktikums und danach, und hat festgestellt, dass es keinen Spill-Over-Effekt gibt. Aus dem sozialen Engagement entsteht nicht automatisch politisches Lernen. Die jungen Menschen stellen sich nicht automatisch politische Fragen, sondern verharren oftmals auf der sozialen Ebene. Also, wenn wir an das Beispiel von vorhin denken, das Engagement im Altenheim, dann bedeutet das in diesem Fall, die Jugendlichen sagen, wir müssten uns jetzt öfter jede Woche für die alten Menschen, für die Bewohnerinnen und Bewohner im Altenheim engagieren. Das ist quasi die soziale Ebene. Dort passiert etwas mit den jungen Menschen, aber sie stellen sich eben nicht diese politischen, strukturellen Fragen. Und deswegen ist es umso wichtiger, die sozialen Erfahrungen im Engagement dann auch als politische Erfahrung zu wenden, mit ihnen diese Erfahrung zu reflektieren und zu schauen, ob aus den sozialen Lernerfahrungen nicht auch politische werden können. Und bevor ich zu meiner eigenen Studie komme und darüber noch etwas berichten möchte, möchte ich noch ganz kurz auf die Arbeit von Jana Trumann eingehen. Jana Trumann hat in ihrer Untersuchung Lernen in Bewegungen sich Lernerfahrungen von Menschen angeschaut, die sich in Bürgerinitiativen engagieren. Sie hat also diese Lern- und Bildungserfahrungen aus dem Engagement in Bürgerinitiativen rekonstruiert. Und sie kommt zu dem Schluss, dass politische Bildung in der politischen Aktion, also in diesem Fall in Bürgerinitiativen, keiner Stufenlogik folgt. Vielmehr zeige sich, dass sich politisches Lernen in Anlehnung an Klaus Holzkamp eher in qualitativen Lernsprüngen vollzieht und diese Lernsprünge durch kooperative Lernprozesse begünstigt werden. Der organisierte Protest, die organisierte politische Aktion, das Aufbegehren, ist, so beschreibt es Jana Trumann in ihrer Analyse der Lernerfahrungen, ein, Zitat, wichtiger Initiator für die individuellen politischen Lern- und Handlungspraxen, die eben nicht auf der Ebene des vielfach zugeschriebenen reinen Verhinderns verbleiben, sondern wichtige gesellschaftliche Transformationspotenziale in sich bergen. Ende des Zitates. Und Jana Trumann beschreibt hier schon etwas ganz Wichtiges, dem wir uns jetzt noch einmal widmen wollen. Was sind eigentlich die Sorgen, welche Skepsis gibt es im Feld der politischen Bildung gegenüber der politischen Aktion? Jana Trumann sagt es hier schon, viele im Feld der politischen Bildung glauben, dass politische Aktionen, dass politische Bewegungen eher auf einem Verhindern aus sind, also nicht zukunftsorientiert, sondern eher etwas verhindern möchten. Gerade bei Bürgerinitiativen wird das oft verbunden dann mit den, beispielsweise mit dem Verhindern einer neuen, eines neuen Windkraft, einer neuen Windkraftanlage. Das ist eine der Sorgen, eine der Kritikperspektiven auf die politische Aktion. Es gibt aber auch noch andere. So beschreiben Politikdidaktikerinnen und Politikdidaktiker, dass das Lernen in politischer Aktion zu einer Beschränkung auf die Perspektive der eigenen Gruppe führen kann, dass es sich eher um kurzfristige Erfahrungen handelt, die nicht nachhaltig sind und dass das Engagement in der politischen Aktion oder in sozialen Bewegungen zu Überwältigungserfahrungen führen kann. Hier wird also auf den Beutelsbacher Konsens rekurriert und die Sorge beschrieben, dass die Erfahrung in der politischen Bildung überwältigend und frustrierend sein kann, und damit zur Politikverdrossenheit führt. Auf der anderen Seite werden aber auch Potenziale der politischen Aktionen beschrieben. Es wird die Hoffnung formuliert, dass sich dadurch authentische Selbstbildungserfahrungen zeigen, dass diese politische Aktion zu Selbstwirksamkeit führt und zu einer Steigerung von Selbstwirksamkeitsempfinden bei Menschen, die sich politisch einbringen und dass es eine hohe Motivation zufolge hat, sich auch mit anderen politischen Themen auseinanderzusetzen, die über die eigene politische Aktion hinausgehen. Ich möchte Ihnen jetzt abschließend für die heutige Folge der Abendschule ein paar Erkenntnisse aus meiner eigenen Studie mitbringen. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, ich habe in den letzten fünf, sechs Jahren am Institut für Didaktik der Demokratie an der Universität Hannover promoviert und in meiner Studie Politische Bildung in Aktion habe ich Interviews in ganz Deutschland geführt mit Jugendlichen, die sich selbstbestimmt und selbstorganisiert in politischen Jugendinitiativen engagiert haben. Die Themenfelder waren dabei ganz unterschiedlich. Meine Studie begann schon vor Fridays for Future. Da waren es vor allem rassismuskritische Jugendinitiativen. Jugendliche, die sich auch aufgrund der gestiegenen Migrationsbewegungen nach Europa und nach Deutschland eher mit den Themen Rassismus, Migration, Asyl beschäftigt haben. Und später kamen immer mehr Bewegungen, die aus der Umweltpolitik oder dem umweltpolitischen Engagement kamen. Ich habe einen ethnografischen Feldzugang gewählt. Ich habe also viele Aktionen begleitet, Demonstrationen, Blockadeversuche und war auf vielen Plenumssitzungen der Gruppen. Und habe dann 17 Interviews geführt, die ich mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet habe. Und dabei habe ich zum einen auf das klassische Handwerkszeug politischen Lernens geschaut. Also inwiefern entwickelt sich Wissen, analytische Kompetenzen, Urteilsbildungsfähigkeit, Kritikfähigkeit oder auch politisches Handeln oder politische Handlungskompetenz. Ich wollte also aus den Erfahrungsberichten der jungen Menschen rekonstruieren, wie sich diese Formen politischen Lernens aus den Erfahrungen rekonstruieren lassen und habe darüber hinaus geschaut, welche anderen Zugänge es gibt, die ich aus einer eher formalen Perspektive vielleicht gar nicht berücksichtigt habe. Und da kann ich jetzt schon sagen oder vorausschicken, dass es ganz spannende neue Perspektiven gab auf politische Bildung und politische Selbstbildung, die ich vorher gar nicht berücksichtigt habe. In dieser Abendschule werde ich Ihnen nicht alles berichten können, was ich in dieser Studie herausgefunden habe. Das Buch gibt es übrigens kostenlos zum Download. Ist mit Sicherheit auch hier irgendwo verlinkt. Genau, ich möchte es für Sie aber einmal zusammenfassen. Ich habe feststellen dürfen, durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial, dass die Jugendlichen, die selbstbestimmt und selbstorganisiert politisch aktiv sind, einen großen Wert auf reflektierte Quellenarbeit legen. Und das tun sie unter anderem deswegen, weil sie glauben, dass es besonders wichtig ist, die Quellen zu prüfen, um glaubwürdig zu sein. Glaubwürdigkeit hat einen besonders hohen Stellenwert für die Jugendlichen. Auch, weil sie immer wieder mit Adultismus konfrontiert sind. Also immer wieder damit konfrontiert sind, dass Erwachsene glauben, sie als Jugendliche sind noch gar nicht reif genug. Sie sind noch gar nicht kognitiv in der Lage, sich mit komplexen politischen Themen auseinanderzusetzen. Und deswegen, so beschreiben es die Jugendlichen auch, ist es ihnen besonders wichtig, Quellen kritisch zu unterfragen. Weil wenn sie sich politisch positionieren, öffentlich, dann werden sie besonders kritisch beäugt. Und dann wollen sie besonders klar und deutlich zeigen, dass sie verschiedene Quellen benutzt haben, verschiedene Perspektiven berücksichtigt haben. Und dass sie die Qualität der Quellen immer auch geprüft haben. Wir sehen also aus den Erfahrungsberichten der Jugendlichen, Quellenarbeit ist für sie wichtig, analytische Kompetenzen, Multiperspektivität beschreiben sie als einen Wert. Und Urteilsbildung, auch wenn die Jugendlichen das nicht mit diesem Wort beschrieben haben, aber die eigene Positionierung und die Reflexion über die eigene Positionierung, empfinden sie als ein authentisches Erlebnis. Sie beschreiben, wie sie erstmals durch die politische Aktion, durch das eigene politische Handeln gelernt haben, sich ein Urteil zu bilden, das Urteil auch öffentlich vertreten zu können, aber auch zu reflektieren und zu hinterfragen. Und sie haben das durchaus abgeglichen mit den Urteilsbildungserfahrungen, die sie in der Schule erlebt haben. Also die simulierten Urteilsbildungsprozesse, beispielsweise über Podiumsdiskussionen, Rollenkarten und so weiter. Und diese Lernerfahrungen haben sie als interessant beschrieben, aber als ganz anders und weniger authentisch. Gesellschaftsanalyse, also im weitesten Sinne Kritik an den bestehenden Verhältnissen, ist natürlich Antrieb ihres Engagements. Das braucht man wahrscheinlich gar nicht weiter ausführen, aber wenn sich junge Menschen freiwillig in ihrer Freizeit politisch selbst organisiert für eine nachhaltige Welt, für den Klimaschutz oder gegen Rassismus engagieren, dann ist das immer auch verbunden mit einer kritischen Gesellschaftsanalyse. Das, was noch einmal hervorgehoben werden könnte und hervorgehoben werden sollte, sind die besonderen Formen von Handlungskompetenz, die sie entwickeln. Etwas, das wir in der politischen Bildung weder in der schulischen noch in der außerschulischen ausreichend berücksichtigen. Das reale politische Handeln führt dazu, dass sie nicht nur lernen, wie sie sich politisch engagieren können, sondern sie lernen vor allem auch, die Wirksamkeit und die Legitimation ihres Handelns zu reflektieren. Wann wenden sie eine Demonstration als Aktionsform an und wann eher eine Flyer-Aktion in der Fußgängerzone? Darüber machen sich die politisch aktiven Gedanken. Und wie legitim ist eine Blockadeaktion oder eine Besetzung eines öffentlichen Platzes? Darüber machen sich die Jugendlichen im Vorhinein Gedanken und sie werten ihre Aktionsformen auch aus. Die Reflexion dieser Handlungserfahrungen können nur durch tatsächliches Handeln, durch das Lernen in Aktion gelingen. Und gleichzeitig ist hier eine große Chance für die schulische und außerschulische politische Bildung. Diese Reflexionserfahrungen können wir begleiten als politische Bildnerinnen und politische Bildner. Und wir können aus ihren Erfahrungen lernen. Beispielsweise haben wir die Jugendlichen beschrieben, wie sie Konflikte in den Gruppen lösen. Wie sie es schaffen, auch in großen Plenumssitzungen miteinander zu diskutieren, und zwar basisdemokratisch organisiert, ohne die Autorität einer Lehrkraft. Sie haben nonverbale Kommunikationsstrategien entwickelt, also Zustimmung durch bestimmte Handzeichen oder Ablehnung durch bestimmte Handzeichen. Sie haben besondere Formen von Redelisten entwickelt, einfach quotiert oder doppelt quotiert. Wer hat es schon einmal gesprochen, wer ist Erstrednerin oder Erstredner, nach Geschlecht sortiert, um Menschen hören zu können, die sonst nicht so viel sagen. All das sind Strategien, die sie in der politischen Aktion entwickelt haben und von der auch die schulische und die außerschulische politische Bildung profitieren kann. Und gleichzeitig können wir als politische Bildnerinnen und politische Bildner ihren Lernprozess begleiten. Wir können sie in den Reflexionsphasen unterstützen. Und wir können ihnen auch helfen, den Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen, die politisch aktiv sind, die Frustrations- und Überforderungserfahrungen, die sie mit politischer Aktion machen, aufzuarbeiten. Denn, das kann ich aus meiner Studie auf jeden Fall bestätigen, die Jugendlichen, mit denen ich gesprochen habe, haben Frustrationserfahrungen gesammelt. Und ja, sie waren auch immer wieder überfordert, mit all dem, in dem sie konfrontiert waren durch die politische Aktion. Und besonders interessant ist, dass diese Überforderung für sie deswegen ein Problem war, weil es kaum erwachsene Menschen gab, die ihnen geholfen haben, mit diesen Überforderungserfahrungen, mit diesen Frustrations- und Überwältigungserfahrungen umzugehen. Und sie haben dann oftmals in den Gruppen Selbststrategien entwickelt, aber sie waren vor allem enttäuscht davon, dass Lehrkräfte oder auch Sozialpädagogen und Sozialpädagogen in Jugendclubs sie nicht hinreichend unterstützt haben und eher Sorge hatten, dass der soziale Frieden gefährdet wird, wenn dann die politische Aktion auch in die Schule oder den Jugendclub oder den Jugendtreff kommt. Und diese Sorge, das ist vielleicht für mich eine ganz wichtige Erkenntnis aus meiner Untersuchung und auch aus den anderen Untersuchungen, denen ich mich gewidmet habe in den letzten Jahren. Eine wichtige Erkenntnis ist, wir sollten mehr Mut haben, diese politischen Handlungserfahrungen von Menschen, die sich selbstbestimmt und selbstorganisiert politisch engagieren, aufzugreifen. Wir sollten mehr Mut haben, sie aufzugreifen, in der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung, in Bildungshäusern, in Bildungseinrichtungen, in Jugendclubs mit ihnen zu sprechen, sie mit ihrer Expertise aus der politischen Aktion, aus der politischen Bewegung ernst zu nehmen und wahrzunehmen und ihnen gleichzeitig ein offenes Ohr zu bieten, um ihre Erfahrungen mit ihnen gemeinsam zu reflektieren. Und wir können sie unterstützen und wir können ihnen helfen, die Frustrationserfahrungen aufzuarbeiten und die Selbstwirksamkeitserfahrungen zu stärken. Und genau dafür wünsche ich ihnen viel Erfolg und viel Spaß, wenn sie das nächste Mal, ob als Lehrerin oder Lehrer oder als außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildnerin, die Möglichkeit haben, mit Menschen zu arbeiten, die selber politisch aktiv sind, die sich selber politisch engagieren. Arbeiten Sie mit diesen Menschen zusammen. Lernen Sie von ihnen und lassen Sie diese Menschen von Ihrer Expertise als politische Bilderin und politische Bilderin profitieren. Arbeiten Sie zusammen auf Augenhöhe und lernen Sie voneinander. Dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß. Vielen Dank, lieber Steven, für diese wunderbare Lecture. Und auch ganz vielen Dank bei unseren AbendschulbesucherInnen fürs Zuhören und Mitdenken. Bleiben Sie uns gewogen und besuchen Sie uns bald wieder. Die Judith wird finanziert durch Mittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts. Auch dafür haben wir zu danken. Und auch diese Lecture ist, wie Sie gemerkt haben, nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern geht auf Arbeiten und Studien zurück, die wir Ihnen hier noch einmal zusammengestellt haben. Vielleicht haben Sie Lust und schauen da etwas tiefer rein. Vielen Dank. Vielen Dank.